Er ist schon da! Mach das doch lieber so! Umst du dumm, umst du dumm's! Pluck! Oh, die sind auch ganz gut! Können vielleicht hilfreich werden. So! Noch so ein Herzchen, das wäre nicht schlecht. Ja! Dankeschön! So, einmal speichern und dann... Können wir scheinbar in die große Stato noch mal rein. Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Weil die ist ja jetzt hier weg. Und da rechts steht noch was. Die Symbole auf der großen Stato lehren dich die... Das... Das zuerst den Nacken... Das nächstes den Rücken noch... Hä? 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 Äh... Wo steht das... Ja. Ja. Ja, ist ja gut. Ähm... Wo soll ich denn jetzt hier hin? Wo soll ich denn jetzt hier hin? Schauen wir einfach mal... Wir sind zum Burklingen. Äh... Wir sind zum Burklingen. Äh... Wir sind zum Burklingen. Schild... Oh, ich habe kein halbiges Schild. Äh... Ja. Äh... Äh... Nein, ich würde gerne... Was zur Hölle... Kann ich die nur mit denen... Ich kann die nur mit denen... Fangschloss! Und dann gehen wir weg! Remote... Scheiße! Hei hei hei! Komm! Hopps! Dann gehen wir weg! Hopps! Dankeschön! Gut... Ähm... Wir müssen... Hei hei hei! Noch mehr... ...Zummelins! Wo ist ne andere? Was passiert eigentlich bei denen mit... ...Lebreitsche? Aha! Gut zu wissen. Könnte noch interessant werden. Hm... Ja... Ich glaube, da sollte ich nicht rein. Oh, die Schäle kann ich mir da wahrscheinlich mit der Peitsche rausholen. Das Geräusch ist gerade extrem fies. Darf ich das mal sagen? Ja, genau. Die entzügen sich natürlich selbst. Ähm... ...dum... 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 Kommt der her. ... Ich wette, das Netz kann man hinterher wieder bei irgendeinem Endgegnames brauchen. Und zwar bisher... ...ein paar Mal so, dass man... ...irgendwo... ...dum... ...was hier... ...wenn ich würde mir die Falter vorher eins... ...sameln würde, wäre das wahrscheinlich besser. Ich tippe mal, ähm... ...difft ihr... ...verbrechene Juwelen um und schließe... Äh... ...Juwelen? Hä? Bom... Okay, hier sind... ...Bomben... ... ...ich sollte das Wasser wirklich nicht bluten... ...das könnte... ...wahrscheinlich nur kurz unangenehm werden. Okay... ...da oben die Juwelen... ...Wie soll ich denn... ...wurste auch irgendwie ne Bomben hinkriegen... ...He? ...Moment... ...kann ich... ...die Patsch... ...mich... ...do... ...dur... ...ist ja grad... ...ist ja grad erstmal hier... ...irgendwie... ...Wie soll ich? ...Dur... ...komm ich nie mit dem dran... Äh, Peitsche. Ich habe aber schon den hier heranholen. Natürlich ist nichts berühmt. Hä? Ähm... 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 Der Peitsche könnte ich... ...die... ...die... ...dann kann ich die dann... Ach Quatsch. Ops. Ähm, trifft die auch. Ach, Moment. Das ist wahrscheinlich ganz einfach und simpel. In diesem Falle. Ja. Ja. Ah, der, 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 der. Das zieht weg. Das kann ich mir... Das ist wahrscheinlich weiter nicht. Äh... ...nein, jetzt muss ich ja... ...von der anderen Seite starten. Ich habe mich jetzt aber auch angestellt. Was soll er denn? Da-di-dam. 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 Aber reden und gleichzeitig dabei spielen ist nicht ganz so einfach. Da-di-dam. Da-di-dam. Klick. Ja. Jetzt ergibt das ganze Rettung noch Sinn. Na-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-dam. Da-di-dam. Bomber. Brems. Da-di-dam. Jupp. Dann können wir auch schon mal die Lepeitsche auswählen. Hopp. Nein, 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 nein. Oh. Ich kann mein Schwert nicht ziehen. Ich kann keine Waffen benutzen. Ich glaube, das ist schon mal gut zu wissen. Ich glaube, ja. Das war zweit... ...rechts. So ein Mist. Ähm, ba-dam, ba-dam, ba-dam. Ups. Ach so, war der falsche Knopf. Ich bin ein Held. Ich will die Welt retten. Ja. So. Oh. Was zur Hölle. Ich glaube, hier muss ich sogar hin, ne? Oder? Moment. Da oben ist doch was. Okay. Ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Mich fühlt man nicht so einfach an ihre... ...wunderbar. Noch mehr Zombies. Ich will erst mein Herz. Machen wir mal. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich hätte es nicht tun sollen. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Aber gut zu wissen. Geh mal weg. Tschüüüüüß. Der ist sowieso schon... Weil ich hätt's doch ahnen müssen, dass ich durch den durchfliegen werde, weil ich keinen festen Untergrund hab. Ähm... Upsichin da muss ich... Ja, hops. Dups, die Dups. Ähm... Ich glaub ich bin falsch. Ach ne, dann dreht sich der... dreht sich der dann auch andersrum? Tatsache. Also war's richtig und es fängt wieder an zu laggen. Ich denk mal, dass ich hier irgendwo... ... oben... ... da... ... fange dich hin. Lass mir nen Schädel... ... und wieder selbstentzündende Fledermörser. Wow, die macht man am besten so. Das sieht mir doch... Passiert doch was. Ich kann nicht schwingen, ich kann nur greifen und loslassen. Abkürzung. Abkürzung. Äh... Abkürzung. Köszönöm eine der habe Sie noch nicht mehr, woher? Also hat er dich ist bei uns macht. Kan irah nurium ist. Äh... Empurzahl Trip triumphalmung ist bei dir. Haha. Briechen jetzt. Oh ne Tafel. Will ich halt zurück und klettere, aber man sei wieder in die Tiefe, dort findest du den... Ja, das war mir schon fast klar. Ach so, kommt man hier rüber. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ist aber auch verzwickt. Meine Güte. So. Das könnte auch gut hinkommen mit der Zeit. Die ich mir für den Tempel gesetzt habe quasi. Das heißt gesetzt. Die Zeit ich aufnehmen wollte. Und gehofft habe, dass ich den Tempel dabei schaffe. Da 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 da. Okay. Ähm. Runter geht um einiges schneller als rauf. Okay, hier war kein Bossraum. Hier war... Okay, hier wird... ...eventuell noch ganz viel Zeug kommen. Du, 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 du hast den gezinkten Schlüssel erhalten. Diese holzlichen, zereistrahlende Güte... ...äh... ...strahlt Güte aus. Sie endet der Statue im obersten Stockwerk. Müja, entfernen den jetzt. Eine Zombie-Yamme. Ja. Das war schwer. Das war sehr schwer. Ich muss schon sagen, das war jetzt das Spannendste hier überhaupt. Pff, was war das denn bitte? Auf nach oben. Das war schön, die ersparen mir eine ganze Menge Lauf bei. Hier ist das Speicher-Statuer. Irgendwo war doch hier eine Speicher-Statuer. Oder ja, ansonsten den Schlüssel holen ist jetzt kein Fakt. Ja, dich habe ich schon gelesen. Hallo. Ja, ähm, kannst du vielleicht, danke. So. Ich tippe mal das Ganze... Äh... Ähm... Ähm... So. Äh... Mit der Blüte noch. Ja, natürlich, die Blüte muss mal verständigt werden. Und klack, geht's wieder kaputt. Ah, nein. Diesmal verschmilzt es. Ich werde uns trotzdem nicht behalten. Ah, ein Wasser-Boss. Aber ich glaube, ich starte vorher die Aufnahme nochmal neu. Sicher ist sicher. seit... ist es so nicht. În Lüte. Seit... 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 Seit...